Jetzt könnte es gefährlich werden. Und der ist alleine durch. Guck mal hin. Der Torwart hier zucken. Und der ist drin. Malotelli. Der Gran Ocasio. La Pega de Bolea. Goal, 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 goal. Uuuuhh, miren eso. Atención, ha tocado dos pelotas. Ha marcado un. Guck mal hin. Aber er kann den Ball nicht festhalten. Guck mal hin. Aber er kann den Ball nicht festhalten. Ja, der ist ja, also den kannst du jetzt noch... Und jetzt kommt der Freistöße. Und seine Freistöße aus dieser Entfernung, sie sind immer brandgefährlich. Dieses Tor wollen wir uns nochmal anschauen. Exzellent verwandelt, dieser direkte Freistoß. Unglaublich. Besonders natürlich noch in der Wiederholung. Für solche Momente, da lieben wir den Fußball. Und jetzt kommt der Freistöße aus 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 der Fre